So, herzlich willkommen zu dieser Meditation. Diese Meditation ist perfekt, um wieder ganz zu dir zu kommen und aus deiner tief in dir schlummernden Kraft wieder einfach dich selbst voller Kraft und Liebe und Stärke wahrzunehmen und alles andere einfach loszulassen. Und dafür nimm bitte einen tiefen Atemzug und atme ganz langsam aus. Noch zweimal tief einatmen und ganz langsam ausatmen. Tief einatmen und langsam ausatmen. Entspanne immer mehr und mehr. Deine Augen sind geschlossen und du spürst die vielen kleinen Muskeln rund um deine Augen und entspannst sie ein klein wenig mehr und noch mehr. Entspanne deine Gesichtshaut, deine Nase, deine Kiefer. Entspanne deine Kopfhaut und deine Haare bis zu den Haarspitzen. Entspanne deinen Hals, deinen Nacken, die Haut an deinem Hals und Nacken. Entspanne deine Schultern, auch die Muskulatur in deinen Schultern. Entspanne deine Arme, deine Elbeugen und Hände und auch die Haut um deine Arme und Hände herum. Entspanne bitte deinen Herzensraum und dafür atme dreimal tief in dein Herz ein. Und mit dem langsamen Ausatmen lässt du bitte alles los, was dein Herz beschwert. Alle Kontrastmomente, alles was dir nicht mehr dient. Alle störenden Gedanken über dich selbst. Und mit jedem weiteren Einatmen, atmest du das Licht der Eigenliebe in deinen Herzensraum ein. Das Licht der Heilung. Sehr gut. Wir gehen weiter zum Solaplexus und auch hier nimm bitte drei tiefe Atemzüge. Mit dem Einatmen, atme Sonnen, goldenes, gelbes Licht ein. Und mit dem Ausatmen, lass alle Fremdenergien los. Und kommst du immer mehr bei dir selbst an. Tief in deinem Solaplexus, in deine Magengegend einatmen. Und wenn du ausatmest, alles andere loslassen. Sehr gut. Atme in deinem Bauchraum und spür, wie wundervoll dein Bauch sich hebt und senkt. Spür die Dankbarkeit für deine inneren Organe und für dieses wundervolle Instrument Körper, mit dem du durch dieses Leben gehst. Und entspanne dann bitte auch die Haut und die vielen kleinen Muskeln im Oberkörper. Entspanne deinen oberen, deinen mittleren und deinen unteren Rücken. Und wenn du liegst, lass dich noch etwas tiefer in deine Unterlage sinken. Entspanne die ganzen Wirbel, entspanne die Haut, die Muskeln und entspanne deinen ganzen Oberkörper. Entspanne dein Gesäß, deine Hüften und auch die Haut, die diesen Bereich umhüllt. Entspanne deine Oberschenkel und Knie, deine Unterschenkel und Füße bis zu den Zehenspitzen. Entspanne auch die Haut. Lass eine riesige Welle der Entspannung, der Heilung, der Liebe durch deine Körper strömen. Und spür die Kraft und Stärke, die tief in dir schlummert. Und mit jedem Atemzug mehr und mehr an die Oberfläche in dein Bewusstsein kommt, sodass du Zugriff darauf hast. Und so lade ich dich ein, in diesen wundervollen, entspannten Zustand, dich zu verbinden mit deinem Ziel, mit deiner Vision. Mit deiner großen Vision, wie sieht dein Leben aus, wenn du es erreicht hast. Und geh in dieses Bild hinein. Handle bereits dort, denn du weißt, Zeit ist eine Illusion. Sieh dich in den schönsten Fahrten bereits angekommen. Welche Gerüche nimmst du wach? Vielleicht ist auch jemand bei dir. Schau dich um. Und wenn du magst, dann mach mit deinem inneren Auge, mit deinem inneren Handy, mit deiner inneren Kamera Fotos, auf die du immer zurückgreifen kannst und dich auch im Alltag wieder jederzeit mit deiner Vision verbinden kannst und es durchlebst, erlebst. Mach die Bilder ganz groß, ganz farbenvoll, ganz kraftvoll und speichere dir diese wunderbaren Gefühle tief in dir ab. Vielleicht spürst du die Dankbarkeit, dass du für dich und deine Träume gegangen bist, für deine Vision. Spür die Freude in jeder Zelle deines Körpers. Spür die Kraft und Stärke. Du bist wichtig und du machst einen Unterschied in dieser Welt. Du bist hierher gekommen, um deinen Beitrag zu leisten in dieser Zeit. Und jegliche Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, die das in Frage stellen, überlässt du jetzt einfach dem Nichts. Einfach loslassen. Nicht mehr gültig. Du bist wichtig. Du bist wichtig. Du bist eine tiefe Inspiration für die Menschen. Du bist kraftvoll. Lass diese wunderbaren Gefühle noch durch deinen Körper fließen. Speichere nochmals die Eindrücke ab, sodass du sie jede Zeit vor deinem Inneren eins Auge holen kannst. Und ganz in der Gewissheit, dass das Leben für dich arbeitet, lässt du jetzt die Bilder los. In Dankbarkeit, Liebe, Freude und Frieden. Du kehrst wieder mehr und mehr ins Hier und Jetzt zurück. Nimmst deinen Körper wahr. Wo spürst du die Auflagefläche deines Körpers auf einer Unterlage, auf einem Stuhl, auf einer Matte. Spür wieder in deine Haut, in die Zehen-Zwischenhaut, in die Fingerspitzen, in die Zehenspitzen. Und komme mit jedem Atemzug wieder in deinem wunderbaren Körper an. Und dann nimm bitte drei tiefe Atemzüge. Mit jedem Einatmen spürst du die Freude, die Leichtigkeit, die Lebendigkeit in jeder deiner Zellen. Und mit jedem Ausatmen kommst du wieder noch mehr im Hier und Jetzt an. In deinem wunderbaren Körper. Du dehnst und rechst und streckst dich. Machst dich ganz groß wie eine Katze. Nimmst deine Größe ein und kommst wieder ins Hier und Jetzt. Ich wünsche dir einen ganz großartigen Tag, eine ganz wundervolle Zeit. Und wenn du mehr möchtest, dann abonniere meinen Kanal und teile gern die Videos. Denn du weißt, gemeinsam sind wir stark. Alles Liebe von Herzen und wie schön, dass es dich gibt. Und du weißt, gemeinsam sind die Und du weißt, gemeinsam ist die Verweigung der Welt. Ich wünsche dir das Welt, dass es diegüpfung ist. Und du weißt, immer wieder ein gewisses Gefühl, dass es geht über eine gute Minute. Vielen Dank.